Katharina saß noch am Bett von Max und rühmte die Vorzüge von Stein am Rhein. Sein Zimmer hatte Agnes tiefblau gestrichen. Es war ebenso wie Nataschas Zimmer heimelig mit blauen gestreiften Vorhängen und einem kleinen Schreibtisch. Agnes sah in den Augen von Max dieselbe Frage. Großmutter, müssen wir hierher? Sie streichelte seinen Kopf. Mein Junge, es ist allein deine Entscheidung, ob du im Tessin bleiben oder hierher ziehen möchtest. Ich akzeptiere eure Wahl. Sie gab ihm einen Gute-Nacht-Kuss. Du bist sehr tapfer, Max. Sie legte den Arm um Katharina, die immer noch im Zimmer stand. Komm, Katharina. Diese hatte natürlich das letzte Wort. Ich bin stolz auf dich, Max. Mit einem befehlenden Blick zog Agnes Katharina in den Flur und ging mit ihr ins Wohnzimmer. Katharina, ich glaube, wir müssen die Kinder in Ruhe lassen. Die haben Augen im Kopf. Hier ist es nun mal viel enger als in dem großen Haus. Wenn sie schlafen, gehe ich zu Reto. Sag nichts Blödes, Katharina. Katharina sagte spöttisch. Denk an dein Alter, du Babel. Beide hatten Tränen in den Augen. Katharina, Maria hat organisiert, dass wir am Montag zurückfliegen und Reto am Mittwoch meine Sache mit dem Auto bringt. Na, dann braucht ihr mich ja nicht mehr, sagte Katharina beleidigt. Und am liebsten hätte sie sich auf die Zunge gebissen. Bitte, Kasimir. Donnerstag ist die Testamentseröffnung und sie will Reto unbedingt dabei haben. Ja, ja, ist ja gut, du Babel. Schweigend räumten die beiden die Küche auf. Dann ging Katharina nach oben in ihre Wohnung. Agnes wusste, dass sie sich immer auf Katharina verlassen konnte. Mit diesem Gedanken ging sie ins Bad, putzte sich die Zähne, cremte sich ein, studierte kurz die Falten im Spiegel, ließ es aber sofort wieder. Das hat keinen Sinn. Sie zog sich den Bademantel an und schaute nach, ob die Kinder wirklich schließen. Dann nahm sie ihren Wohnungsschlüssel und stieg die Treppe hinunter in Retos Wohnung. Der hatte seine Eingangstür offen gelassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020